Sie müssen versuchen, in die Bande aufgenommen zu werden. Das ist die einzige Möglichkeit, zum Fall endgültig zu klären. Damit haben Sie den Freipass für die Zugehörigkeit zur Bande erbaut. Ab heute bist du mein Freund. Jeden Freitag, den der liebe Gott werden lässt, transportieren Sie pünktlich zur gleichen Zeit lächerliche 2 Millionen Mark. Mein Kuh ist absolut sauber. Klar und keine Probleme. Wir brauchen also zwei gestohlene Wagen, Walkie-Talkies, und einer der Wagen muss mit einer Sprengladung versehen sein. Sich zu entscheiden ist nicht leicht. Du bist auch nicht besser, als die Männer, die bisher nicht waren.